Musik Ich befinde mich heute in der Lindenstraße, die übrigens ihren Namen wie die gleichnamige Apotheke von einer Linde hat, die früher vor dem Markt Gemeinde am Stand. Heute befindet sich dort der Kreisverkehr. Musik Vor ziemlich genau drei Jahren wurde das FMZ Lechpark eröffnet, das sehr großen Anklang gefunden hat. Von der Mode-Boutique bis zum Versicherungsbüro ist hier alles zu finden. Musik Liebe Außervornerinnen und Außervorner, ich darf euch im Namen der Expert-Versicherungsagentur in Reuthe, im FMZ Lechpark, im Zuge der Reportage Lindenstraße Reuthe auf das Allerherzlichste begrüßen. Ich darf euch ganz kurz unser Team vorstellen. Vorne bei uns in unserem großzügigen Großraumbüro. Unsere beiden Damen, die Traudi Schmidhofer und die Anna Schum, wickeln unser Frontoffice hier im FMZ Lechpark ab. Kfz-Zulassungen von 8 Uhr bis 16.30 Uhr. Und gleichzeitig natürlich auch die Polizierungen und Schadenabwicklungen, die was entgefertigt werden und hier vor Ort erledigt werden. Und dann natürlich unsere Partner, der Pader Fritz, der Ernst Zotz, die Verena Hoschb, die mit 1. Mai die Agentur von ihren Eltern, von Werner und von der Johanna Hoschb übernimmt. Dann mein Sohn, der Marc Kleiner, meine Person, der Klaus Kleiner und dann der Markus Wulff. Das ist das Team unserer Expert-Versicherungsagentur und unsere Partnerin, die Hedwig van den Thol, Weirater aus Heiterwam. Wir freuen uns auf unsere Kunden, wenn sie zu uns kommen. Hier wird in Kürze die Kfz-Zulassung abgewickelt. Ihre Nummerntafel können Sie sofort mit nach Hause nehmen. Ja, grüß Gott. Auch von meiner Seite kurz noch ein paar Fakten zu der Expert-Versicherungsagentur. Wir sind seit 2005 eine Personengesellschaft mit fünf gleichberechtigten Gesellschaftern. Wir betreuen 3.500 Kunden mit circa 17.000 Verträgen. Und die Besonderheit der Expert-Versicherungsagentur ist sicher, dass wir eine kleine Versicherung vor Ort sind, wo die vermittelten Verträge direkt gleich politizieren können, die Änderungsgeschichten vor Ort erledigen können und natürlich die Chanceabwicklung, was den Vorteil für den Kunden bringt, damit er direkt und schnell und rasch seine Chanceabwicklung und das Geld auch auf seinem Konto hat. Der Handy- und Elektroshop Phoenix befindet sich ebenfalls im FMZ. Dies ist aber nur eine Filiale, denn das Hauptgeschäft befindet sich in Gren im Dannheimertal. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Fönix Kunden aufgepasst. Das Geschäft von Fönix Reute befindet sich im Untergeschoss des FNZ Lechpark. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ich befinde mich hier vor dem Bürogebäude des Telenet Reute. Der Ortsantennenbau außer fern ist für eine intakte Internetverbindung zuständig, genauso wie für das Kabelfernsehen. Das Pombuche ist aus der Lindenstraße gar nicht mehr wegzudenken und wird vor allem an den Wochenenden sehr gerne besucht. Im vergangenen Herbst wurde es um das WhatsApp erweitert. Ja, grüße euch, herzlich willkommen. Ich bin der Lucky, betreibe seit dreieinhalb Jahren hier das Pombuche in der Lindenstraße und heute zeige ich euch mal, bevor es losgeht, mein kleines Reich. Ja, unsere Stammgäste wissen es schon. Wir haben jeden Monat neue verschiedene Veranstaltungen, Aktionen, Top-Acts und natürlich auch Star-Gäste bei uns zu Gast hier in Pombucha. Und damit die Abwechslung nicht zu kurz kommt, haben wir auch jedes Monat neu wechselnd die Top-DJs von Österreich, die hier richtig für Stimmung sorgen. So, noch ein kleines Wort zur Technik. Und zwar haben wir da in Pombucha eine der größten und modernsten Lichtanlagen in der breiten Umgebung mit bis zu 60 Lichteffekten, 40.000 Watt Lichtleistung, auch einen Laser haben wir da. Und für die warme Jahreszeit, wenn es richtig heiß draußen ist, haben wir vier Schneekanonen zur Abkühlung. So, wir befinden uns hier jetzt im hinteren Bereich von Pombucha und zwar im WhatsApp. Hier kann man bei ruhiger Atmosphäre ganz gemütlich ein eiskaltes Heineken vom Fass trinken oder einfach zum Relaxen Tischfußball spielen, Darts spielen. Und für alle Raucher sei gesagt, wenn das Rauchergesetz in Kraft tritt ab Juli, ist das WhatsApp genehmigtes Raucherlokal. Ja, zu guter Letzt befinden wir uns hier in der VIP-Lounge. Hier dürfen unsere Star-Gäste Platz nehmen. Man kann diese Lounge aber auch mieten. Bis zu zwölf Personen können hier ungestört ihren Geburtstag oder andere Anlässe in Ruhe feiern. Ja, zu guter Letzt befinden wir uns hier in der VIP-Lounge.